Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Altcoin Update Video. Heute werden wir uns Multiverse X bzw. Elrond bzw. E-Gold, je nachdem wie ihr es nennen möchtet, ein bisschen genauer anschauen, weil auch hier einige Fragen kamen, hey, wir hatten jetzt einen fetten Pump nach oben hin, das heißt erst einmal, es wurde unsere Kaufzone bzw. unsere Take-Profit-Zone ausgelöst. Viele haben aber dann nochmal nachgefragt, hey, wo kann ich denn jetzt nochmal möglicherweise einsteigen, was sind so die nächsten Zielzonen? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video mal ein bisschen genauer anschauen, bevor wir hier doch starten. Rasiert unten mal ein bisschen die Kommentare, schreibt Kommentare rein mit euren Altcoin Wünschen, damit auch der Algo ein bisschen gepusht wird für dieses Video. Like da lassen, Abo da lassen, natürlich auch die Glocke aktivieren und wenn ihr Bock habt, kommt auch natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe rein. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. So, jetzt würde ich aber sagen, fangen wir direkt an, wir wollen ja keine Zeit verlieren, Multiverse X momentan bei knapp 49 US-Dollar, irgendwie kommt es so vor, ich glaube das letzte Video haben wir auch bei gleichem Stand ungefähr gemacht, wir haben eine Circulating Supply von mittlerweile knapp 85% ist draußen, eine Market Cap von 1,3 Milliarden, also es ist immer noch ein Projekt, wo vielleicht sogar noch ein 5-10x auf jeden Fall drinnen wäre für einen potenziellen Bullrun. Man kann mittlerweile das auf gängigsten Börsen kaufen, Binance, Coinbase, also auf den gängigsten, größten Börsen ist mittlerweile eGold, auch bei Bingings übrigens gelistet mittlerweile, also da könnt ihr es überall kaufen. So, gehen wir mal in den Chart rein, also was ist passiert seit dem letzten Video? Wir hatten einen rasanten Pump mit, und da liegt jetzt die Betonung drauf, mit sehr, sehr wenig Volumen, also wenn ihr euch mal das Volumen so auf dem 4-Stunden-Chart anguckt, erinnert so ein bisschen an Bitcoin hier, diese Konsolidierung, die wir hatten natürlich, mit den ganzen ETF-News und bei eGold ist es genau so, dann dieser steile Pump nach oben passiert, nur mit sehr, sehr wenig Volumen. Wir sind dann in der Spitze hier auf 78 US-Dollar hochgekommen, perfekt fast den Pivot des letzten Monats abgeholt, und dann ging es schlagartig nach unten, innerhalb von ein paar Stunden gab es einen Mega-Crash, und wir haben uns jetzt hier in den Bereich der 49 US-Dollar etwas eingependelt. Kurzfristig haben wir hier eine schöne Bullish Divergence mit einem tieferen Tief, im 4-Stunden-Chart gebildet, die noch nicht wirklich gezündet hat, also wir haben hier noch keinen wirklichen Trendwechsel, weil wir kein höheres Hoch mehr gebildet haben hier, sondern nur diesen kleinen Wig, das heißt die Chance, dass es nochmal ein bisschen tiefer geht, ist auch hier noch ein bisschen gegeben. Ihr erinnert euch an das Video von heute Morgen bei Bitcoin, auch da ungefähr die gleiche Struktur, dass es nochmal ein bisschen tiefer gehen könnte, bevor wir dann einen Pump nach oben hinkriegen. Ansonsten, diese grüne Box, die ihr hier seht, die momentan hier zwischen 48, also genau da, wo wir uns momentan befinden, bis ungefähr 46 US-Dollar geht, die werden wir etwas vergrößern. Warum? Weil wir hier eine sehr, sehr große Zone haben, wo wir potenziell nochmal Spot nachkaufen können. Das war doch damals unsere erste Zone, wo wir gekauft haben, wer sich daran erinnern kann, für den Bärenmarkt diese Zone hier, das waren unsere ersten Spotkäufe. Wir haben dann unseren ersten, sag ich mal, unseren ersten 100% Move jetzt dann gehabt, das heißt 100% beziehungsweise die 100% Gewinn ist der Einsatz immer raus, das ist meine Strategie, versuche ich ja immer ein bisschen euch näher zu bringen, natürlich könnt ihr das machen, wie ihr das möchtet, das ist nur meine Strategie. Auf jeden Fall, diese Box hier resultiert noch aus, ich sage jetzt mal Juni 2022, naja, doch, es war Juni 2022, das heißt auch hier, unser Einsatz, den wir hier jetzt rausgeholt haben, ist alles auf jeden Fall steuerfrei, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ansonsten, diese Box hier, wer jetzt noch nicht hier drin ist, kann ich eigentlich nur das Gleiche empfehlen, wie vor eineinhalb Jahren circa, 50% in dieser Zone, also hier vielleicht mehrere Spot Orders reinsuchen, weil wir hier einen sehr, sehr markanten Punkt eben haben. Wir haben hier das Golden Pocket von dieser gesamten Aufwärtsbewegung, da gehen wir mal ganz kurz in den Tagesschart rein, um uns das nochmal ein bisschen anzugucken. Mache ich das nochmal ein bisschen größer? Ne, das wollte ich nicht. So, also, machen wir das nochmal ganz kurz weg. Also, übergeordnet haben wir das Golden Pocket hier bei ungefähr 43 bis 41 US-Dollar, also sagen wir mal 44 bis 41 US-Dollar. Hier würde ich auf jeden Fall nochmal eine Order reinsetzen, ich würde aber in der gesamten Box auf jeden Fall versuchen, 50% hier zu akkumulieren. Warum nicht 100%? Weil wir hier einen ganz, ganz markanten Punkt haben, und zwar, ihr seht hier das 0,786er Fibonacci Retracement Level von dieser gesamten Aufwärtsbewegung. Das ist ein bisschen das Problem an der ganzen Sache, weil wir hier einen extrem großen Pump hatten, mit sehr, sehr viel Volumen, und somit bietet auch dieses Level mit eben auch dieser Demandzone, die wir hier unten haben, extremes Potenzial, dass wir hier nochmal runterkommen, weil sobald wir hier das Golden Pocket wirklich nach unten hin verlassen sollten, wird es wahrscheinlich sehr, sehr schnell nach unten hin gehen, dann liegen wir hier bei 32 oder sogar hier unten bei unserer zweiten größeren Kaufbox bei ungefähr 29 US-Dollar. Das wären momentan die bearischsten Preistiele, die ich mir vorstellen könnte. Das heißt, der Plan ist, hier nochmal 50%, wie gesagt, einzukaufen für alle, die neu drin sind, oder auch generell für alle anderen, einfach hier nochmal spotmäßig nachzukaufen. Dann möglicherweise hier unten nochmal bei 34 bis 35%, nochmal 25% und dann sollten wir wirklich nochmal hier runterkommen, ich sage jetzt mal zwischen 26 und 29 US-Dollar, dann die anderen 25% noch in den Markt zu schmeißen. Weil wichtig ist momentan eher, dass man überhaupt irgendwie in dem Markt drin ist. Ich rechne jetzt aber nicht mehr mit den exorbitanten Crash oder dass wir Bitcoin nochmal bei 20.000 sehen. Das wäre wirklich ein Black Swan Event. Deswegen dürfen wir auch nicht mehr bei eGold von solchen tiefen Kursen mindestens ausgehen, sondern eher maximal rechnen. Deswegen hier oben lieber ein bisschen mehr rein und dann unten die Buy-Positionen nachkaufen. Das macht momentan oder meiner Meinung nach derzeit am meisten Sinn. Ihr müsst es natürlich nicht so machen. Das sind alles nur Empfehlungen, wie ihr es machen könntet. Also no financial advice, by the way, sind nur Vorschläge. Und was ist unser Preisziel für den Bullrun? Dafür nehmen wir es im Endeffekt, oder haben wir damals ja schon das FIP-Level einmal gezogen. Preisziel sollte, und das ist jetzt erstmal so für mich eher so das Maximum von hier aus, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, 49 Dollar, ist für mich erst einmal das Golden Pocket. Golden Pocket ist für mich bei allen Altcoins das Mindestziel oder sollte zumindest mal erreicht werden, weil viele auch in ihrem zweiten Zyklus nicht mehr mehr das All-Time-High erreichen. Deswegen gehen wir das Ganze hier etwas pessimistischer an. Ich habe es auch, glaube ich, schon letzte Woche, ich weiß nicht mehr, welcher Altcoin das war, habe ich es auch schon ein bisschen pessimistisch haben, gemeint, ja, nee, wir gehen noch viel, viel höher. Kann sein, aber ich will jetzt hier erstmal ein bisschen pessimistischer bleiben. Sollten wir an dieses Level in einem Bullrun kommen, können wir immer noch sagen, okay, dann ist das Maximalziel für mich hier das 1618. Aber momentan wichtig, erst einmal hier das Golden Pocket zu erreichen. Das wäre vom jetzigen Stand ein 6x, also 342 US-Dollar. Passt auch sehr, sehr gut mit den Leveln hier oben, weil wir hier auch noch eine Ineffizienz oben liegen haben. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben. Was sagt ihr davon, wie oder was haltet ihr generell von dem Plan, hier möglicherweise schon 50% reinzutun oder sagt ihr eher 33, 33, 33. Schreibt es unten gerne in die Kommentare rein und auf jeden Fall euren Altcoin-Wunsch. Und wir hören uns dann, ja, noch zu einem weiteren Altcoin-Video später wieder. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join und dann war es das von mir. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay cool.